Warum haben Sie sich für Wirtschaftsrecht entschieden? Einfach als Ergänzung zu meinem jetzigen Beruf, um einfach mehr Erfahrung zu kriegen und Basiswissen anzueignen. Was machen Sie beruflich? Ich bin selbstständig im Bereich der Kryotechnik. Und der Wirtschaftsrechtsschulingang hat Ihnen weitergeholfen beruflich jetzt schon? Das wird sich herausstellen. Konnten Sie wissen, aus Ihrem Studiengang vielleicht schon im Beruf anwenden? Bitte? Konnten Sie vielleicht schon wissen, aus Ihrem Studiengang anwenden? Ja, ja. Inwiefern? Im Bereich Arbeitsrecht, Vertragsrecht sind doch schon einige Informationen eingeflossen, die ich anwenden konnte. Was zeichnet aus Ihrer Sicht den Studiengang Wirtschaftsrecht an der Eurofah aus? Die Flexibilität und vor allen Dingen den Studienschwerpunkt Marketing und Sales, den sonst kein anderer anbietet.